Hallo und herzlich willkommen Leute in DevPro. Diesmal schauen wir uns die neue Bannliste an. Und ja, DevPro hat jetzt seit neuestem diese ganzen Features mit. Hier, das ist jetzt neu dazugekommen und das ist jetzt verboten. Also hier so neue Cards und es leckt, warum auch immer. Das war blöd. Das ist scheiße. Also hier, das sind neue Karten, die dazugekommen sind. Die kann ich eventuell auch in einem extra Video ansprechen. Aber im Moment interessieren uns nur die Bannliste in diesem Video. So, da hätten wir dann zu allererster Stelle die unheilverkündeten Schlange auf 1. Ja, was genau die Karte kann, weiß ich bis heute nicht. Sie ist allerdings relativ gut. Was kann sie denn? Ich könnte mal lesen, wenn ich wieder brauche. Während deiner Standballfels, falls sich diese Karte in deinem Friedhof befindet, du kannst sie deiner Hand hinzufügen. Zusätzlich verbanden während der nächsten Standballfels deines Gegners eine unheilverkündete Schlange von deinem Friedhof. Du kannst diesen Effekt von unheilverkündeten Schlange einmal pro Spiel benutzen. Also verwenden. Ja gut, gut. Also man könnte sie theoretisch als unendliches Hin- und Herwerfkarte benutzen. Das ist böse eigentlich. Wie man es nennt zumindest. Tourguide auf 1. Ja, die Tourguide. Und es ist echt schade, dass sie weg ist. Aber gerecht. Ich habe wirklich damit gerechnet, dass sie weg geht. Ich habe dann auch mein Burning Apple Stake weggegeben. Bevor sie das bekannt war. Ich hatte nämlich so ein richtig böses Gefühl. Böses Gefühl hat sich bestätigt. Dominik hat genau dasselbe. Also hat sich auch gedacht, das Gefühl ist nicht so toll und hier ist das Ergebnis. Sie ist weg. Beziehungsweise auf 1. Und das macht sie schon wieder fast unspielbar. So. Drachenschluff ein. Ich brauche immer noch eine Drachenschluff. Ich spiele hier Drag Unities. Und ich habe so gefeiert, dass sie da ist. Zur Hintergrundgeschichte, was das noch betrifft. Ich und Dominik haben aus Scherz mal gesagt. Ja, Drachenschluff kommt wieder. Ich will sie unbedingt haben. So und dann schauen wir uns wieder an bis dann. Und ich war knapp 30, 40 Minuten nur am Lachen. Weil Leute, hallo. Ich sage einfach nur zum Joke. Ja, sie soll wiederkommen. Und dann kommt sie dann doch plötzlich wieder. Vorbereitung der Riten. Ja, also ich glaube das Burning Abyss Deck. Kann auch ganz gut mit einer leben. Ist halt scheiße, dass sie jetzt halt so auf 1. Ich meine gut, Burning Abyss hatte seine Zeit. Quatsch, Quatsch. Das war Necroz. Necroz hatte seine Zeit. Gut, gut. Oh, oh, oh. Sacrifice, Sacrifice, oh. Also ich mochte Cliffords teilweise. Warte, ich mach mal hier die Webcam. Ja, ich mochte Sacrifice so halbwegs. Ich bin ja ein ehemaliger Clifford Spieler. Habe es dann auch rechtzeitig abgegeben bzw. verkauft auf TCG. Und ich bin froh darüber, weil auf 1. Ich meine, das Deck braucht einfach ihre Sacrifice. Auf 3. Mit einer können sie kaum noch leben bzw. werden sie auch nicht mehr leben. Viele hören wahrscheinlich auf, jetzt generell Videos zu spielen, die Clifford gespielt haben. Oder Burning Abyss. Ja, man soll da einfach nicht so rumflamen, ne. So, hier hatten wir noch ein Erbschaftssymbol. Oh, ich weiß gar nicht, ob war die verboten? Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass sie hier verboten war. Auf 1 eigentlich ziemlich berechtigt. Vor allem jetzt, wo die Einzelfallblüte auf 3 ist. Schlimm. Tempel der Könige. Auch ne nette Karte. Kartenvernichtungsvirus. Joa. Joa. Das wäre zum Beispiel ein Riesenplus wie Burning Abyss gewesen. Huch. Lost Lost Skies. Ist auch ne nette Karte. Ring der Zerstörung. Hm. Dass die wieder da ist, gefällt mir nicht so ganz. So ein bisschen Burn-Action ist nicht ganz angenehm. Also, ja. Hm. Allerdings würde ich sie tatsächlich gerne 1-2 mal spielen. Ja, 2. Ja, genau. Ich spiele sie 2 mal, weil sie einmal lobt ist. Konami Rules. Und so. Ne, also einmal würde ich sie schon gerne spielen. Ich habe, glaube ich, so genau eine da im Ordner. So. Kräftraum auf 1. Und Vanities auf 1. Uh. Meine beiden meistgehassten Karten. Beziehungsweise mit der habe ich mich die Tage wirklich angefreundet gehabt. Und jetzt ist sie weg. Ich dachte mir dann nur so. Hm. Ich wollte dafür Geld ausgeben. Ja. Ne, hat sich erledigt. Da hätten wir noch eine Vanities. Vanities gehen wir so auf den Sack. Vor allem im. Hier ist Clifford Deck. Und vor allem im Yersenio Deck. Oh Gott. Gehen die wieder auf den Sack. Ich spiele Ritual Beasts. Und reine Decks sind nur Special. So. Clifford Scout auf 2. Hm. 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 Sehr, sehr schön. Ja. Sehr schön. Ja. Clifford weg ey. Neckross von Brionark. Ja. Ich brauche eigentlich in meinem Sephra Deck wirklich nur 2 Brios. Und da sie jetzt auf 2 ist, ist sie dann glaube ich auch nicht mehr so teuer. Das ist sehr angenehm. Dann haben wir noch zweimal angehörter Lichtbrigade. Okay. Vielleicht sind nicht nur so die stärksten. Genauso kann man lassen. Ja. Zwei mal gesehen ist das Schwert. Ich weiß nicht warum die die auf 2 haben. Ach ja doch doch. Ähm. Grund von Rotäugiger. Oder. Rotäugiger. Hier. Da kommt ja jetzt so schöne neue Sachen raus. Und ich habe wirklich auf dieses spannendes Video gewartet. Nur um euch das da zu demonstrieren. Also wirklich das da. Ich weiß gar nicht. Wie man das jetzt hier genau an der Kamera sieht. Ist ja auch egal. Nur wegen den Red Eyes Arschfeind. Ja. Wegen dem neuen halt. Ich werde mir da auch später mal so ein kleines Deck gucken. Was wir uns zusammen machen. Und gucken ob es funktioniert. Und euch das dann eventuell auch noch zeigen. Wenn ich dazu komme. So. Was haben wir denn noch? Und ja. Es ist einfach böse. Ich kann die aus dem Spiel entfernen. Zwei ziehen. Ziemlich klar. Dann haben wir noch. Dreier Bundeschaft. Feuer, Faust, Geist. Ja. Ja. Hupf. Ich weiß nicht. Ist die überhaupt bedrohlich? Eigentlich nicht. Ist verständlich. Dreier Bestiary. Ich habe keinen Bock auf Gladys. Nein. Darauf gehe ich nicht ein. Nein. Dreier mein Gott. Die ist leider zu schlecht fürs Game heutzutage. Somit ist gut berechtigt. Also was heißt zu schlecht. Du kannst sie immer noch spielen. Aber ja. Dreier mein Einzelfall. Danke Konami. Ich bin ein ziemlicher Rosen Fan gewonnen. Ich habe hier sogar eine. Nur in Rare. Das gefällt mir nicht. Ich habe sie noch zweimal im Ordner in Premium Gold. Und ich will sie unbedingt noch das dritte Mal in Gold dann haben. Weil sie einfach cool aussieht. Und ich will generell das Deck haben. Und das ist ziemlich nett. Und hier. Joke von Konami. Dreimal die Kleinen wieder erlaubt. Da die Großen weg sind. Dreimal ein priesterlicher Siegel der Einberufung. Oh oh oh. Ich sehe jetzt schon. Die Heretics kommen wieder. Dominik baut hier ein Heretic Deck. Ich brauche mir ein Heretic Deck. Ich kann nichts dafür. Zweimal Chi-En. Oh Gott. Konami. Bitte nicht. Es gibt kein schlimmeres Deck als 6 Samurai. Jetzt vor allem wo Skilldrain weg ist. Mit Skilldrain wäre 6 Samurai kein Thema gewesen. Die zu kill. Naja egal. Dreimal Go-Reichter. Ja gut. Ich spiele sie nicht mehr. Und ich werde es auch nie wieder spielen. Weil ich finde sie einfach zu schlecht für mich. Persönlich. Ja ho ho. Dietrich. Ich bin so froh dass sie weg sind. Weil es gab nämlich die Heretic rotäugige Blablub-Kombo. Das ist einfach. Ich weiß gar nicht was ich dazu sagen soll. Es ist viel zu böse. Und Schnapp-Stahl. Vielen Dank Konami für das Schnapp-Stahl. Sie hatten uns einmal Schnapp-Stahl gegeben. Jetzt nehmen sie uns das auch gleich wieder. Ich habe dafür 9 Euro gezahlt. Für meine scheiß Schnapp-Stahl. Das ist der Dank dafür. Dass ich wirklich Geld für den Schnapp-Stahl gezahlt habe. Und ich muss ehrlich sagen. Ich bin froh dass sie auch weg ist. Auch wenn ich viel gezahlt habe. Weil sie mir ziemlich auf den Arsch. Arsch. Ja haha. Weil sie mir ziemlich auf den Keks ging. Na dann. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.